Die nächste Mannschaft ist dann wieder Ungarn. Das beginnt für dieses Team Esther Ovari am Boden. Ja, sehr schön, sogar gestreckt, gebückt, Boden ist eins ihrer besten Geräte, Boden und Sprung. Das ist sehr sprungkräftig. Aber auch gymnastisch, sehr gut. Ja, sehr gut im Mittelbahn. Ja, sehr gut im Mittelbahn. Und noch ein Doppelsalte, schön Doppelsalte zum Abschluss. Ja, sehr schön. Das weißt du selbst auch, freut sich. Ja, viel Beifall auch für diese Übung von Esther Ovari. Ja. 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 Ja.